Als unser erstes Kind auf die Welt kam, habe ich ihm vor Freude gleich zwei Lieder geschrieben. Eins für sofort, ein Liegenlied, Menschenjunges, und eins für ein bisschen später, die Geschichte vom Bären, der ein Bär bleiben wollte, inspiriert von einem wunderbaren Bilderbuch von Jörg Müller und Jörg Steiner. Alle Kinder haben es gehört, alle Nichten und Neffen, jedes zu einem Zeitpunkt einer Kindheit. Die Eltern hatten das Lied auch geliebt, denn es ist mein längstes Lied geworden, elf Minuten, und wann immer die Kinder das Lied hörten, hatten die Eltern elf Minuten Pause. Die Kinder sind groß, sie hören das Lied nicht mehr, oder vielleicht doch. Wie auch immer, für alle Kinder und alle Enkelkinder habe ich die 13 Strophen nochmal auswendig gelernt und vielleicht auch für alle Eltern und Großeltern, die jetzt gleich nochmal elf Minuten Pause haben. Der Bär, der ein Bär bleiben wollte. In drei Kapiteln. Er lebte in den Wäldern und lebte frei und allein. Sein Reich ging von den Hügeln bis tief ins Land hinein. Vom Bach bis an die Ufer seines Flusses und von da hinab bis in die Täbeln, so weit sein Auge sah. Er kannte jede Höhle und fast jeden Blaubeerstrauch. Die Lieblingsplätze der Vorhennen selbstverständlich auch. Und abends liebte er es sehr, im hohen Gras zu stehen, an einen Fels gelehnt zu denken und ins Land hinaus zu sehen. So stand der Bär auch an jenem Nachmittag auf dem Fels. Recht deutlich spürte er den Herbstwind schon in seinem Pelz. Am Himmel sah er Wildgänse in Scharen südwärts ziehen. Er gähnte oft und er war müd und es fröstelte ihn. Er trottete zu seiner Lieblingshöhle durch das Laub, verscharrte noch den Eingang hinter sich und sprach, ich glaub, es riecht nach Schnee, während er letzte Vorkehrungen traf. Er legte sich auf sein Lager und begann den Winterschlag. Er sollte recht behalten, es begann noch nachts zu schneien. Der Winter zog in seinem Wald, der Boden froh zu steigen. Ein eisiger Wind sang in den klaren Nächten im Geist. Dem Bär in seinem Mund, der Schlupf war warm und er schlief fest. Doch mit dem Winter kamen auch die Menschen in den Wald. Sie fällten Baum um Baum, vermaßen, zäunten ein und bald. Brachten sie Kräne, Bagger, Rohre, Stahl, Beton, schon stand. Genau über der Höhle, eine Fabrik im Land. Der Frühling kam und gut gelaunt erwachte auch der Bär. Tief unten in der Höhle nur das Aufstehen fiel noch schwer. Und als er dann schlaftrunken durch den engen Ausgang stieg, stand er ungläubig mitten auf dem Vorhof der Fabrik. Da kam auch schon ein Pförtner, brüllend auf ihn zu marschieren. Hey, du da, an die Arbeit, statt hier rumzustehen, kapieren. Verzeihung sprach der Bär verstört, aber ich bin ein Bär. Jetzt reicht's mir, schrie der Mann, zum Personalchef los ab und kein Wort mehr. Der Personalchef war ein muffiger, verhärmter Mann. Ich bin ein Bär, sagte der Bär, das sieht man mir doch an. Was ich sehe, ist meine Sache, sprach der Mann. Und du bist ein dreckiger Faulpelz und noch unrasiert dazu. Dann schubst du ihn zum Vizedirektor, der aktiv und sehr ergeben unterwürf ich den Direktor rief. Der sprach und ließ dabei seinen Manager-Sessel drin. Unser Herr Präsident wünscht das faule Subjekt zu sehen. So, so, sagte der Präsident, sie sind also ein Bär. Er hatte das größte Büro und langweilte sich sehr. Er war so mächtig, dass er keinen Schreibtisch mehr besass. Keine Krawatte tragen musste und nur Comics las. Wenn sie ein Bär sind, bitte, dann beweisen sie das auch. Der Bär kratzte sich vor Verlegenheit über den Baum. Nein, Bären gibt es nur in Zoonzirkus, kurz und klein. Genau dort holen wir jetzt ein Gutachten über sie ein. Die Präsidentenlimousine fuhr den Bären zum Zoonzirkus. Wer nicht tanzt und Rad fährt, nicht als Bärenfrage kommt. Die Heimfahrt überdacht er und ich bin doch ein Bär. Ich weiß es doch, ich weiß es, doch er wählte sich nicht mehr. Er ließ sich Arbeitszeug anziehen und als man ihn befahl, sich zu rasieren, rasierte er sich seine Schnauze kahl. Er stempelte seine Stechkarte wie jeder andere Mann und lernte, dass der Tag mit einem Hubsignal begann. Er ließ sich an eine Maschine setzen, wo ein Griff von rechts nach links zu drehen war, wenn eine Sirene pfitt. Und wenn man das versäumte, leuchtete ein rotes Licht. Das zeigte an der Mann daran, der arbeitet gerade nicht. So stand er Tag für Tag an der Maschine, drehte Stummen, den Griff von rechts nach links und danach wieder rechts herum. Nur in der Mittagspause musste er zum Fabrikzaun gehen, um durch Maschen und Stacheldraht ins Land hinaus zu sehen. Die Osterglocken blühten und verblühten vor dem Zaun. Ein Sommer kam und ging, der Herbst färbte die Wälder braun. Am Himmel sah er Wildgänse in Scharen südwärts ziehen. Er gähnte oft und er war müde und es fröstelte ihn. Er wurde immer müde, je näher der Winter kam. Er gähnte immer mehr, je mehr er sich zusammennahm. Vom Wachen taten ihm oft mittags schon die Augen weh. Er stand am Zaun und sagte vor sich hin, es riecht nach Schnee. An dem Nachmittag schlief er glatt an der Maschine ein. Hörte nicht die Sirene, nur den Personalchef schreien. Hey, du da raus, du bist entlassen, hier ist dein Resslohn. Entlassen jubelte der Bär und er machte sich davon. Sein Bündel auf den Schultern wanderte er ohne Ziel. Einfach geradeaus im Schnee, der schon in dicken Flocken fiel. So ging er einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag. Auf der Standspur der Autobahn, wo nicht so viel Schnee lag. Mal zählte er die Autos, die er sah. Doch ihm fiel ein, dass er nur bis fünf zähnen konnte und dann ließ er es sein. Und dann am zweiten Abend sah er in der Ferne hell. Im dichten Schneegestülper, Neonbuchstaben, Mondwellen. Durchfroren, nass und müde, trat der Bär an den Empfang. Der Mann hinter den Tresen, musterte ihn und schwieg lang. Tat unheimlich beschäftigt, um beiläufig zu erklären. Wir haben keine Zimmer frei für Landstreicher und Bär. Habe ich das Wort Bär verstanden? Lachten sie Bär vorhin. Das heißt, sie sind der Meinung, dass ich wirklich einer bin. Der Mann griff kreidebleich zum Telefon. Der Bär ging schnell zur Tür. Und er verschwand im Wald, gleich hinter dem Motor. Er stapfte durch den Wald, die ihm jetzt fremd und feindlich schien. Er ging und nach und nach verließen seine Kräfte ihn. Ich muss jetzt darüber nachdenken, dachte sich der Bär. Was aus mir werden soll, wenn ich nur nicht so müde wäre. Er setzte sich vor eine Höhle und starrte noch lang ins Leere. Er hörte, wie der Schneesturm in den Bäumen sang. Er spürte ihn nicht mehr und ließ sich ganz und gar zuschneien. Und vor dem dritten Morgen seiner Reise schlief er ein.